CD Austria 1.2011 Ab 4. Dezember im Fachhandel Die neue CD Austria ist da. Filme und Musik kopieren. Mit Alkohol 120%. Echte 1 zu 1 Kopien von CDs, DVD, Blu-Rays spielen und Musik-CDs brennen. Und Audio 180%. Musik ohne Begrenzung streamen, aufnehmen, bearbeiten und anhören. Top-Voll-Versionen, Arid Ocean, atemberaubendes 3D-Aquarium als Screensaver. Emergency Kit, schützt Ihren PC vor Eindringlingen. Bonus-Extra-Heft, der große Einkaufsratgeber zu Weihnachten, auf 16 Seiten die coolsten und angesagtesten Technik-Kits. Weitere Themen im Heft. Ihr Passwort verrät alles, so vermeiden Sie fremde Zugriffe auf Ihre Konten und Kreditkarten. Das Multimedia-Wohnzimmer. Genießen Sie alle Medien in einem Raum. Multiplayer-Games. Action für die ganze Familie. Alle Infos und Spiele zur neuen Xbox 360 Kinect. Zusätzlich 4 Stunden Videoanleitung entpowered bei vidoreal.de. Premiere Elements 8, komplette Anleitung. 30 iPhone-Apps im Videotest und viele weitere interessante Themen. Weitere Top-Voll-Versionen. KeyPass Password Save. KeyPass ist ein Passwortverwalter mit eigenem Passwort-Generator. Die Passwörter werden in einer Datenbank gespeichert und sicher verschlüsselt. SM-Player. SM-Player stellt ein vollständiges Frontend für Media Player zur Verfügung. Von Grundfunktionen wie dem Abspielen von Videos, DVDs und VCDs über viele weitere Funktionen. Ihr Passwort verrät alles. Das Internet bringt zweifelsohne unzählige Vorteile, birgt aber auch ein enormes Gefahrenpotenzial. Und diese Gefahr wächst mit den vielfältigen Angeboten und besonders den sozialen Netzwerken. Und so wie der Reifen des Autos die einzige Verbindung zur Fahrbahn ist, ist Ihr Passwort auf die einzige Sicherung vor fremden Zugriffen. Wer hier fahrlässig handelt, kann genauso schnell großen Schaden erleiden wie mit mangelnder Bereifung. Das multimediale Wohnzimmer. Nirgendwo sonst macht sich die vielzitierte Konvergenz so bemerkbar wie im Wohnzimmer. IT, Telekommunikation und Hi-Fi sind hier eins und erlauben nahezu grenzenlose audiovisuelle Erlebnisse. Mit dem Zusammenwachsen der IT mit der Unterhaltungselektronik ergeben sich zahllose Möglichkeiten, die bis vor kurzem scher undenkbar oder zumindest für viele unbezahlbar waren. Durch komfortable, flexible Lösungen können Inhalte aus verschiedenen Quellen in teils erstklassiger Qualität konsumiert werden. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen CD Austria ab 4. Dezember im Fachhandel. Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-User ab 4. Dezember im Fachhandel. PC-User 1.2011 Die neue PC-News ist da!